Ich lerne Deutsch. Nummer 4143 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sind so nah am Ziel. Wir dürfen nicht aufgeben. Es gibt eine Lösung. Wir sind so nah am Ziel. Wir dürfen nicht aufgeben. Es gibt eine Lösung. Anne und ihr Hund spielen oft zusammen. Das ist gut für die Entwicklung von beiden. Anne und ihr Hund spielen oft zusammen. Das ist gut für die Entwicklung von beiden. Ich halte sie auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus aller Welt. Hier gibt es die aktuellsten Informationen. Ich halte sie auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus aller Welt. Ich halte sie auf dem Laufenden mit Neuigkeiten aus aller Welt. Hier gibt es die aktuellsten Informationen. Ich habe einen Igel gefunden. Ist er groß genug, um alleine zu überleben? Ich habe einen Igel gefunden. Ist er groß genug, um alleine zu überleben? Seit ich die Hühnerhaltung verändert habe, legen die Hühner mehr Eier. Seit ich die Hühnerhaltung verändert habe, legen die Hühner mehr Eier. Seit ich die Hühnerhaltung verändert habe, legen die Hühner mehr Eier. Ich kann den Text so nicht lesen. Ich sollte meine Augen untersuchen lassen. Ich kann den Text so nicht lesen. Ich sollte meine Augen untersuchen lassen. Ich kann den Text so nicht lesen. Ich sollte meine Augen untersuchen lassen. Es ist alles miteinander verbunden. Wir erklären Cloud Computing auf einfache Weise. Es ist alles miteinander verbunden. Wir erklären Cloud Computing auf einfache Weise. Es gibt Frauen, die sind einfach immer gut angezogen, sowohl morgens beim Bäcker als auch abends im Club. Wer hat dir die Tulpen geschenkt? 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 Ich liebe sie über alles. Hast du schon meine Schmusedecke gesehen? Ich liebe sie über alles. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Seit ich in Rente bin, kommt zweimal in der Woche eine Trainerin zu mir und zeigt mir, wie ich mich fit halten kann. Für den Winter habe ich genug Vorrat an Gemüse und Obst in Gläsern. Ich schenke dir ein Glas. Für den Winter habe ich genug Vorrat an Gemüse und Obst in Gläsern. Ich schenke dir ein Glas. Für den Winter habe ich genug Vorrat an Gemüse und Obst in Gläsern. Ich schenke dir ein Glas. Ich bin fasziniert von dem, was ich hier sehe und erlebe. Das Leben ist schön. Ich bin fasziniert von dem, was ich hier sehe und erlebe. Das Leben ist schön. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Dieser Globus war auf unserem Dachboden. Mein Vater hat ihn vor 60 Jahren gekauft. Ich würde mich so freuen, wenn du es kaufen würdest. Tust du das für mich? Ich würde mich so freuen, wenn du es kaufen würdest. Tust du das für mich? Robert besucht die Wüste. Es ist heiß und man sieht nichts als Sand. Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. Versuche über das Seil zu springen. Es ist ganz einfach. Die Freunde spielen Volleyball an einem Sandstrand in der Karibik. Kannst du mir mehr dazu sagen? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Kannst du mir mehr dazu sagen? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Bei Problemen können Sie mich jederzeit anrufen. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Bei Problemen können Sie mich jederzeit anrufen. Wir haben kaum noch Bargeld. Fast alle Kunden zahlen mit Kreditkarte. Wir haben kaum noch Bargeld. Fast alle Kunden zahlen mit Kreditkarte. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Jetzt weiß ich, wie es geht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Schnell ab. Als Du es mir bei. Wie es geht. Schnell.